Willkommen beim Bus Simulator 2012. Ich bin der, der mit der richtigen Kamera fotografiert. Okay. Wir nennen es einfach mal... Probieren wir es. Was ich auch mal los hier fände, wenn man was weiblich ist. Kann man die Weiber nicht verärgern. So, 1998 geboren. Ahm, 21, 26, 12. Was ist das? 6, 4, 0, 0. 5, 8, 9, 6. 6, 4, 0, 0, 5, 8, 6. Entschuldigung. Einsteiger-Modus. Okay. So, wupp. Uhrzeit, okay. Und hier. Ist das weiblich? Das ist doch nicht weiblich. Oh Gott. Ich hab mir eine Nachricht erhalten. Der hat mir vorher schon mal alles durchgelesen. Anfrau, da steht's Anfrau, aber mein Typ sieht nicht ansatzweise wie eine Frau aus. So, was steht da? Steige in den Bus. Zähl. Hallo, komm. Renn. Hallo, Renn. Ah. So. Ja, was jetzt? Achso. Achso, ich kann da auch nicht durchlaufen. Was? Das? 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 Wie viel gespielt ist das? 2002? Oh Gott. Biep, biep, biep. Wir sind ja mal ganz ordentlich und dusch. Ich wollte nur ganz ordentlich sein. Und wir sind so nett. Wir fangen gleich mit dem Gelenkbus an. Wir sind so toll. Fahrzeugauswahl, Gelenk, nee, Standard, Gelenkbus. Jetzt müssen wir kurz warten. Dann werden uns auch hier gleich vom Gelenkbus die Türen geöffnet. So, wie schon gesagt. C. Guck dir das mal an. Er hätte schon mal Bus gefahren? Ja, er hätte von. Mindestens. Oh mein Gott, nee, das lese ich jetzt nicht vor. Okay, jetzt kann ich hier. Oh, nicht schlecht. Nicht übel. Ja, okay. Fahrernummer. Ich glaub sechs. Ich guck lieber nochmal. Das schreibe ich so muss. Notieren. Aber. Komm, auf's oben steht. 6400. 5896, glaub ich, ne? Fang. C. Fremd, wir dürfen fünfmal beginnen. Ne, ich will meine Linie fahren. Mh, nee, ich will meine Linie fahren. Nein, ich will meine Linie fahren. Gelenkbus. Gelenkbus. Geil von der Bahnhof. Das ist, ja. 7 2 0 1 4 5 1 2 7 0 1 5 1 2 Nein! Nein! 7 2 1! Mann! Mann! Das jeder Busfahrer muss verloren. Wirklich. Liniennummer 7 2 0 wäre das so, ne? In Richtung muss man einfach... Egal, ich will einfach Bus fahren hier. So... Quack-Pit-Kamera... So... Krass! Gute Effekte! Wir rollen! Wir geben Gas! Oh ja, wir haben ja was hinten dran! Wir machen das mit dem Tor zu! So... So... Dann werden wir mal jetzt... Running! Oh man! Oh... Cool! 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 ECOFRESH! ECOFRESH! Was steht da? RIDER HEIM OST! Na dann! Auf geht's! Hallo! Hallo! ECOFRESH! 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 ICOFRESH! EIGITEL video! Ich muss jetzt mal wenden... Oh Gott... ECOFRESH! MIGITAFRESH! oh mein gott oh mein gott ich mach hier alles kaputt linken tue ich auch noch bin so nah da oh da ist ein Kollege moin ich tue diese dürfen die Türen nicht geöffnet werden untergefahren, du zieht mich nicht sonst bin ich auf meine Hand bitte so so ist das schon eine Haltestelle? oh zu schnell egal nee ich tue das nicht mehr Haltestelle ah batsch flatsch flatsch flitsch ahhhh oh mein gott 65 wird hier in, schad la 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 der hat die Galtzube ever yeah ich bin Busfahrer, ich darf das ich kann alles ich bin Superman Busfahrer oh ne Baustelle ahhhh was geklappt Licht wie hat der jetzt Licht angemacht? so weit dunkel Schnee? was zum... Entschuldigung aber mein Handbild oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ja klar, ne Busch genau Reality, egal aber das ist mein Scheibenwässer vielleicht ein bisschen zu schnell eingestellt ja ein bisschen Bahnhof links abbiegen rechts ich hab das jetzt ich hab gehört dass ich hier am Bahnhof auch Ansagen gehen soll also richtige Ansagen mein Gott so was jetzt auch immer gut ist so gleich so jetzt habe ich 303 Minuten verfügung so Bahnhof toll auch gut gemacht okay bis zum nächsten Mal und und